Willkommen zurück. Heute geht es weiter mit der 141. Folge von Twanks Aufstieg vom Berg. Wir bekommen 10 Odins Marken, den nehmen wir auch gleich mal mit. So, dann haben wir drei neue Events und ja, den sollten wir auf jeden Fall suchen. Shinuklear oder wie er heißt. Ja, Shinuklear. Und in diesem Spießrundlauf können wir ein seltenes Paket bekommen. Und wie viel, ähm, ja, 500 von dem Laub. Das heißt, da mache ich auf jeden Fall mit. Hier könnten wir auch ein seltenes bekommen, bekommen wir aber nicht. Dann schicke ich ihn wieder los. So, kleiner Schatten ist zurück, wie ihr seht. Erstmal schicke ich alle Holzsammler los, bis mein Holzlager fast voll ist. Also jetzt eigentlich. Dann alle Fischsammler. Und der noch. Ja, der auch noch. Dann können wir einmal den kleinen Schatten füttern. Und ich habe da eine Aufgabe erledigt. Ich habe gestern ein paar Aufgaben erledigt, das waren nur solche kleineren. Also nichts Wichtiges. Und den checken wir auch wieder los. 17 Stunden. So, dann schauen wir hier vorbei. Der Regenschneider ist auch das vorletzte, äh, nee, erst mal das letzte Mal, dass er ans Training kommt. Weil danach geht er ans Titan-Training. Ich schätze mal, dass er dann eine Weile dauert, bis wir den mal bekommen. Also vor allem auf Titan. Aber wir haben mal sehen. So, den bekommen wir leider nicht Titan. Der wird nur etwas, ja, viel... Also höhere Chance für den neuen Titan halt. So, hier drüben, die sind... Ah, ja, das ist alles noch belegt. Oder schon wieder eher gesagt. Sonst habe ich keinen trainiert. Dann würde ich mal schauen, ob ich den Glutkessel vielleicht auf Titan kriege. Aber nein, leider nicht. Das heißt, er kann auch wieder ins Training. Der ist ja auch relativ billig, das ist in Ordnung. Genau, dann haben wir noch ein Gratis-Kartenpaket. Ja, die hier geht noch zwei Stunden. Aber ich... Also ich hoffe, ich komme nicht einfach drauf. Habe ich eigentlich auch nicht vor. Aber wenn es passieren sollte, ja, keine Ahnung. Ich meine, eigentlich sollte sie ja noch nicht mal bauen, aber naja. Kann ja mal passieren. So, die schicken wir auch wieder alle los. Dann haben unserem letzten und vorletzten Video insgesamt zehn Leute geschrieben, dass sie gegrüßt werden wollen. Das würde ich heute gleich mal machen noch. Und... Ja, ich weiß nicht. Also vielleicht... Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Wollt ihr, dass ich es im Video grüße? Und wenn ja, wie viele ungefähr? Also was ist das Maximum? So drei oder nur einen oder so? Was wollten ihr da? Oder wollt ihr lieber vielleicht, dass jeden Monat ein extra Video so kommt, in dem ich mal alle grüße und so, die das mal in den vorherigen Videos geschrieben haben und so? Müsst ihr gerne mal sagen. Oder schreiben. Auf jeden Fall möchte ich in diesem Video Tom und Tim grüßen. 2 ähnliche Namen. Dann noch Emily, Tweet, Jules. Ich hoffe, ich sage es richtig. Also Tweet, Jules oder Free, Jules. Ich weiß nicht ganz, wie du ausgesprochen werden möchtest. Dann GamePro, Anthony, Matthias, Maxchen, Benz, dann noch Vortex, habe ich auch schon mal gegrüßt. Kann ich mich noch daran erinnern. Und dann auch noch Schokoladentiger, kenne ich auch aus den Kommentaren. Ist schon ziemlich lange dabei, weiß ich auf jeden Fall. Genauso weiß ich auch, dass Emily schon ziemlich lange dabei ist. Und sie kenne ich auch aus dem Discord. Also ihr könnt, falls ihr es noch nicht wusstet, ich habe einen Discord-Server. Der Link zum Discord-Server ist in der Videobeschreibung. Und ihr könnt gerne drauf kommen. Wie schon gesagt, wir sind ungefähr über 100, also wir sind über 105 Leute. Ihr könnt auch, wenn ihr jetzt noch irgendwie irgendwelche Wünsche habt, wie ich den Discord verbessern könnte mit irgendwelchen neuen Channels oder so, müsst ihr mal schreiben, dann mache ich wahrscheinlich eine Umfrage. Oder ich unterhalte mich mit den Ranghöchsten darüber. Und dann könnte es reinkommen oder vielleicht auch nicht. Aber ich schätze mal, es würde dazukommen. Deswegen könnt gerne dazukommen, würde mich freuen. Jetzt besiegen wir erstmal den rauchverschwendenden Qualmdrachen. Der irgendwie mehr als nur doppelt so viel Leben hat, wie er normalerweise auf dem Level hat. Bitte nicht sterben, danke. Ähm, ja, machen wir mal diesen hier. So, der wird jetzt nochmal eine eklige... Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Och man, das musste jetzt aber nicht sein. Ja gut, dann machen wir es halt, obwohl, nee, wir machen es so. Und dann schläfe ich ihn ein, schwäche ihn und mache ihn platt. So, der schläft erstmal kurz. Dann mache ich es noch so, dass er mehr Schaden kriegt. Achso, und eins auf dem Discord-Server noch. Also ich persönlich verteile keine Ränge jetzt mehr, sondern das macht der Bot. Also ich habe einen Bot drin und von dem kriegt ihr nach einer bestimmten Levelanzahl, die ihr erreicht, immer einen besseren Rang. Beim besten Rang gibt es dann auch... Also beim besten Rang, den ihr dadurch bekommen könnt, gibt es dann auch noch einen... Ja, wie nenne ich das? Also einen extra Channel für euch, damit ihr allein reden könnt, sozusagen. Und sonst, ja, bin ich halt ziemlich oft online. Vor allen Dingen am Wochenende am meisten. Also in der Woche jetzt eher weniger oder nur zum Schreiben. Weil ich habe halt wieder Schule. Und ich muss mich halt auf Schule konzentrieren. Und sonst am Wochenende bin ich eigentlich... Also ab Freitag, 16 Uhr, schätze ich mal, bin ich dann Großteil des Wochenendes da. Und wenn ihr Minecraft spielt, könnt ihr erst recht dazu kommen, weil wir spielen gerade mit den... Ja, also wir spielen ziemlich viel Minecraft auf dem Server auch. Gerade was das Wochenende angeht. Genau. Könnt ihr mal sagen, ob ihr da mitmachen wolltet oder so. Weiß ich ja nicht. Jetzt auf jeden Fall kriegen wir ein weiteres Gratis-Paket. Und wir bekommen nichts Besonderes. Ich meine, wenn wir genug Spieler sind, also in Minecraft mal sein sollten... Ich will jetzt keine Werbung über Minecraft machen oder so, aber falls wir mal genug Spieler sein sollten, könnten wir ja auch mal einen großen Kampf auf Gomme oder so machen, bei Bad Wars oder so. Also könnt ihr mal, wenn ihr wollt, dazukommen. Wie ich schon gesagt, auf dem Discord-Server. Ihr findet mich schon. Und sonst schreibt ihr mich privat an. Also auf jeden Fall antworte ich euch am Tag. Also einmal komme ich eigentlich immer online. Und das sollte das schon passen. Es könnte auch ein- oder zweimal vorkommen, dass ich vielleicht nicht online komme am Tag. Aber das ist auch nicht so schlimm. Wir müssen halt einen Tag länger warten. Aber durchschnittlich bin ich eigentlich immer nachmittags, irgendwann übernachmittag einmal online. Naja. Jetzt besiegen wir erstmal den riesenhaften Alptraum. Und dann schauen wir, was in der nächsten Welle kommt. Es ist so eklig, gegen die zu kämpfen. Die haben so viel Leben. Und ich hoffe, wir bekommen den jetzt gleich weg. Ja, da ist er weg. Und dann können wir jetzt noch hier den tödlichen Nader holen. Apropos tödlichen Nader. Den sollten wir vielleicht auch mal unseren tödlichen Nader auf Titan machen. Das wäre vielleicht auch mal ganz cool. Und wir machen guten Schaden auf jeden Fall. Er kommt auch nicht mehr allzu oft dran. Ja, das war wahrscheinlich schon das letzte Mal, dass er dran kam. Weil jetzt habe ich ihn. Und er ist weg. Sehr schön. Es gibt wieder keine Trophäen, fällt mir gerade ein. Seit wann haben wir 10 von den Früchten der Weisen? Oder und 14? Ja, okay, dass ich 14 solche Aktionspunkte wusste, das wusste ich, dass ich da relativ viele habe. Aber seit wann habe ich 10 von den Früchten der Weisen? Ich meine, man kriegt pro Spießruten auf der Neue, es kriegt man eine. Hatte ich gestern eine bekommen hier beim Drehen? Jetzt habe ich auf jeden Fall eine bekommen, das sehe ich. Hä, bin ich gerade verplant? Lol, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich so viele hatte. Na ja, schön zu wissen. Das ist schön zu wissen. Und vor allen Dingen ist es sehr gut, dass wir so viele haben. Weil damit ist es nicht so schlimm, wenn wir mal ein, zwei verbrauchen. Und der hat jetzt wieder nur so wenig Leben, oder wie? Ich meine, bei dem ist es mir... Ich bin ziemlich froh, dass der so wenig Leben hat. Weil mit vielen Leben ist das absolut schwierig, den zu bekommen. Aber naja. So, Shinuklear, oder wie der heißt. Den werde ich auch gleich suchen, wenn Unitar mit der Reise fertig ist. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich das, was aus der Reise rauskommt am Ende, was ich bekomme, nicht sehen. Weil ich bis dahin schon wieder losschicke, wahrscheinlich. Obwohl, ich weiß nicht, ob ich da noch einen Countdown habe, bis ich das Event überhaupt nutzen kann. Da schaue ich mal. Aber wenn es nicht ist, dann werdet ihr wahrscheinlich das Ergebnis der Reise von Unitar nicht sehen. Aber naja. Da reden wir drüber, wenn es so weit ist. Und zwar jetzt nach dem Spiel können wir nachschauen. Aber eigentlich... Also es wäre schon richtig cool, wenn wir Shinuklear heißen, oder? Oder Shinuklear. Ich gucke nach. Das wird nur peinlich, wenn ich es 100 Mal falsch ausspreche. Oder falsch sage, oder was auch immer. Ich schaue einfach nach. Wenn es lädt. Genau wie jetzt. Erstmal können wir nochmal drehen, dann sammeln wir das Paket ein. Dann schauen wir nach und dann können wir das Paket öffnen. Obwohl, ich glaube, so ein Paket öffnet es ja sogar sofort. Auf jeden Fall bekommen wir Fisch. Das ist toll. Weil wir werden wieder viel verbrauchen, wenn irgendwie jetzt ein Drache auf Titan kommt. Und wisst ihr, welcher Drache mir gerade einfällt, den ich in letzter Zeit völlig vernachlässigt habe? Der Donner Trommler... Nein, der ist es nicht. Aber der Donner Trommler ist Level irgendwas. Und den Verteidiger in den Donner Trommler können wir erstmal auf Level 9 vielleicht schon. Sieht schon aus wie 10. Naja, natürlich nicht. Dafür muss ich erstmal trainieren. Äh, nein, den Kollegen hier hinten. Den haben wir völlig vergessen in letzter Zeit. Warum fliegt denn der so weit rüber? So, also ja, auf den muss ich mich vielleicht auch mal wieder konzentrieren. Mal wieder ins Training schicken oder so. Dann, was ich noch nachgucken wollte. Okay, ich kann ihn schon suchen. Theoretisch. Praktisch eher weniger, aber theoretisch schon. Dann werden da wieder ordentlich Runen reinfließen, schätze ich mal. Weil ich will eigentlich beide haben. Hier haben wir nochmal eine Aufgabe fertig. Und was haben wir hier drinnen? Holz, ja, das brauchen wir jetzt nicht. Außerdem habe ich vergessen, den Donner Trommler aufzuwerten. Level 11 ist er. Und da fällt mir ein, der Kollege kann nicht gelevelt werden. Hä, lol. Nein, ich dachte, ich könnte ihn leveln, weil ich habe ja jetzt mal den Holz Cloud trainiert. Aber hat irgendwie nicht funktioniert. Da habe ich nicht genug trainiert. Nein, auf jeden Fall. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Er, Verteidigende Donner Trommler. Ach, ich könnte ihn auch gar nicht mehr hoch machen. Auf jeden Fall, wenn der jetzt bald auf level 10 ist. Auf level 10 werde ich ihn statt dem wahnsinnigen Sipper mitnehmen. Dann wird's richtig cool. Vor allen Dingen, wenn ich dann mit der Attacke von Schnüffler drankomme. Dann wird's richtig gut. Aufwärtsamtsfluch mit normaler Lebensanzahl. Schön zu sehen. Den werden wir uns gleich mal holen. Ähm, ja, nee, ich brauch mich nicht stärken. Weil der würde mich wahrscheinlich gleich wieder schwächen. Oder auch nicht. Den haben wir weg. Ähm, jetzt gehen wir auf den wahnsinnigen Sipper und dann auf den verteidigenden Funkenhüstel. Vor allem ist schon mal jemandem von euch aufgefallen, dass seit dem letzten Update einfach dieses verteidige Berg gefühlt nochmal doppelt so schwierig wurde wie vorher. Also, es geht gar nicht klar. Ich krieg das mit meinem Hauptaccount fast nicht mehr hin. Das ist so schwierig geworden. War's vorher nicht. Ich hoffe, die machen das wieder im nächsten Update wieder ordentlich oder so. Sonst wäre das ein bisschen blöd. Aber naja. Den holen wir uns jetzt noch. So. Und es gibt drei Wellen diesmal. Das habe ich nicht mitbekommen. Aber wir sollten, ja, Dagors Grill sollten wir gleich weg haben. Einmal die 3er-Attacke sollte hoffentlich reichen. Jep. Dann ist jetzt nur noch der Sturmschneid übrig. Der seltsam aussieht, finde ich. Also, irgendwie ist es ungewohnt, wie er jetzt immer aussieht. Weil es ist der Normale, ne? Jetzt müsst ihr bedenken, es ist der Normale. Der sagt... Ich weiß, ich kann es nicht beschreiben, wie anders er aussah. Auf jeden Fall sah er anders aus. Er sah anders aus. So. Dann schauen wir mal, was wir diesmal aus dem Glücksrad bekommen. Ich hoffe, es wird mal wieder was Schönes. Und dann ist noch ein Kampf übrig. Danach können wir sowieso nicht mehr angreifen. 1,5 Millionen, ja, mal wieder. Und jetzt geht's los. 200 Laub möchte ich bitte haben. Das wäre schön. Fortschritt 33%. Ach, das ist ja jetzt auch ein Bosskampf. Muss ich auch noch aufpassen. Das wird wahrscheinlich auf viel Heilen hinauslaufen. Wenn ich schon sehe, drei Wellen. Das sieht sehr nach Heilen aus. Und dann... Ja, erstmal den Kratnader weg, würde ich sagen. Obwohl ich eigentlich beide parallel holen kann. So, jetzt gehen wir auf den erschütternden Rüttler. Und wir kommen auf drei Aktionspunkte. Das heißt, wir machen auch wieder mehr Schaden am Regenschneider. Und danach muss ich mich dann heilen, langsam wieder. Weil sonst hat der Kollege hier links gleich ein Problem. Noch hat er keins. Es wird auch nichts mit Heilen. Ich bin schon wieder blöd mit den Aktionspunkten. Die Verteilung ist schon wieder so absolut schlecht. Eine Bäre raushauen. Ich behalte die Aktionspunkte. Und ich komme leider nicht zuerst mit Schlüffler dran. Ja, gehen wir erstmal auf den. Ist ja egal, wie das jetzt ist. Der kommt einmal dran, dann schlafen sie. Und dann hoffe ich, komme ich auf meine Taktik. Das wäre gut. Weil dann könnte ich es schnell beenden. So. Wer kommt als zweites? Der Knochenräuber. Es passt mal wieder. Die haben aber beide ziemlich viel Leben. Also das wird ziemlich knapp werden. Weil der wird einmal mindestens dran kommen vorher. Und zwar wahrscheinlich in der nächsten Runde. Ich hoffe einfach, er macht mir dann nicht genug Schaden. Vor allen Dingen am wahnsinnigen Sipper, weil sonst habe ich ein Problem. Jetzt wird er nämlich vor meinem... Ja, er kommt sofort dran. Bitte nicht. Ja, das ist in Ordnung. Und damit ist er weg. Vielleicht ist er auch noch nicht weg. Das wäre besser eigentlich. Weil... Aber nein, ist er. Gut, dann greife ich jetzt so an. Der kommt... Der kriegt nicht mehr genug Aktionspunkte zusammen. Damit er mir viel Schaden machen könnte. Deswegen haben wir ihn gleich. Und zwar jetzt. Sehr schön. Das war's. Den haben wir besiegt. Wir können wieder am Glücksrad drehen. Und wir bekommen 200 Laub. Ich weiß gar nicht. Wir müssen jetzt knapp über 1000 haben. Also dann vielleicht 1100 oder so, schätze ich mal. Also wenn wir die 200 einsammeln. So ja noch nicht. Ja. Da lädt es mal wieder. Eine ganze Weile. Und jetzt können wir drehen. Wir bekommen... Eine Million Holz. Vielleicht bekommen wir irgendwann nochmal was Besseres. Ich meine, es gibt gleich wieder 100 Ruhen hier. Jetzt natürlich nicht. Und dann vielleicht das seltene Paket. Das wäre sehr wichtig, wenn ich das bekomme. 200 Laub habe ich. Dann schauen wir mal nach, wie viel ich habe. 1400 habe ich sogar mehr, als ich dachte. Und dann würde ich sagen, was ist das mit diesem Video? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Und bis dahin. Ciao, ciao.